Come on Vienna! Und ja, das schauen wir uns jetzt an. Also wie letztes Jahr, schauen wir mal, ob der Günther pünktlich ist. Die Wetten stehen ganz gut, denn letztes Jahr hat er es tatsächlich ein paar Mal geschafft, noch in der ersten Halbzeit da zu sein. Rottenbacher Alme, passen Sie das Wort. Ich jedes Mal da raufklimmern. Aber was tut man nicht alles. Heute zum ersten Match in diesem Jahr. On the Road to RLO heißt es. Und ja, ich hoffe, ein lässiges Spiel, ein lässiges Match zu sehen. Und irgendwo mal eine Kondition zu finden. Also Leute, schaut euch das an und kommen Vienna! Und die Überraschung des heutigen Tages ist... Günther ist ein Match! Ja, willkommen! Wenigstens noch vor der Halbzeit. Im Schneeltraum! So, los geht's mit der zweiten Halbzeit. Ja, Schneefall wie im Winter, als wäre es Jänner. Kann passieren. Aber nichtsdestotrotz, die Wiener Fans sind dabei und unsere Mannschaft spielt ein sehr gutes und attraktives Match. Also, schauen wir uns an, die zweite Halbzeit. Tolle Wiener Fans! 7 zu 0 auswärts gegen Fortuna 05. Gutes Match bei schönen Temperaturen hier. Ach, so ist es halt im Jänner. Es schneit mal. Aber gut gespielt, lässt einem natürlich hoffen. Und jetzt gibt's Party! Und zwar Rolis Geburtstagsparty auf der Hohen Warte. Also, bleibt dabei! Endlich auf der Hohen Warte bei Rolis Geburtstagsfest mit Günther! Grüß Gott! Wie wird diese Saison heute laufen? Heute? Ja, genau! Ja! Frühabends heimgehen! Ganz einfach! Keine Ahnung, wer dieser Mensch ist! Geine Ahnung, wer dieser Mannschaft ersch defender! All diese inverte pedestrians machen. Aus demestersags Posken. Keine Ahnung. Alle, mitbruchten Sovi smoHH! Keine Ahnung. Excellence Didierak? Dienen w Значит! Sch喔, recht heißeabile Seine! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020